Ich hätte lieber gleich dran vorbeilaufen sollen. Hätte er mich auch erwischt. Ja, ich komme gleich! Ihr wart jetzt nicht gemeint. Ich muss das hier immer schnell fertig machen. Meine Mutter hat gerufen. Ja, ich soll zum Essen kommen. So was gibt's. Aber ich werde das eben schnell mit euch beenden. Das ist ja nicht mehr viel. So. Wir setzen nur noch die Batterie ein. Lassen das Wasser runter. Das Wasser runter? Lassen die diese Trennwand runter, um das Wasser zu stauen. So, ist es besser. Und dann sprechen wir. S-Woo-hoo-boom. Wenn ich dich nicht halten kann, dann bleib ich nicht bei dir. Ja, von was für einem Film ist das wieder? Ein krankes Gehirn hat sich wieder einen Helge Schneider Film zu Rate gezogen. Null, Null, Schneider, Null, Null, Schneider, Schneider. Null, Null, Schneider, Null, Null, Schneider, Schneider. Der Kommissar Schneider ist gut. Null, Null, Schneider, Null, Null, Schneider, Schneider. Schön. Erledigt. Und jetzt gehen wir noch abspeichern. Au. Verzeihung. Ja, sofort! Die drängeln schon. Ja, ich beeile mich auch. Und geh da runter. Welche ist blöd. Also manchmal hakt dieses Spiel an allen Ecken und Kanten. Und jetzt dachte ich gerade, eben das Spiel wäre abgestürzt, weil das Bild da so lange hängt. So. Man hört ja schon, dass der Wasserfall weg ist. Deswegen können wir da beim nächsten Mal auch gleich rein. Jetzt bitte kein Radio piepen. Jetzt sag ich auch schon mal Radio. Das ist ein Funkgerät. Warum sagen die eigentlich im Englischen Radio? Das ist doch kein Radio. Der Begriff ist wahrscheinlich wieder eingedeutscht von uns, ne? Wir haben das dann übernommen. Die Deutschen übernehmen immer irgendwelche blöden Wörter. Was ich auch so krank finde, dieses Wort Handy. Das gibt es ja im Englischen gar nicht. Wenn du eine Amerikaner oder so sagst, äh, where is my Handy? Dann denken die, was fehlt der von mir? Die kennen das Wort Handy nicht. Das heißt Mobile Phone. Nicht anders. So, wo sind denn jetzt meine scheiß Farbbänder? Ich weiß, dass ich noch 1000 hatte ungefähr. Okay, speichern wir ab. Gut. Ja, dann speichern wir wieder in diesem Raum. Okay, beim dritten Mal abspeichern, wo ich euch verlasse, verspreche ich euch, sind wir nicht in diesem Raum. Oh. Und das sollen auch die letzten Worte sein. Wir sehen uns beim letzten, beim letzten, beim nächsten Part von Let's Play Resident Evil mit Jill. Bis dahin, auf Wiedersehen, euer Alex. Ciao.